Bereit? Jo, bereit, let's go! Let's go! Hast du wieder neuen Skin oder was? Der wechselt ja immer noch. Ich habe keinen Battle Pass. Okay. Muss ich gleich mal ein paar Euro ausgeben und mir Battle Pass besorgen. Aber so verdienen die Geld, bieten das Spiel umsonst an. Na klar. Du kannst ja alles dazu kaufen. Was kostet denn so ein Battle Pass überhaupt? Ich weiß gar nicht. 10 Euro. Okay. Tay. Gruppenkeile, wieder Action. Duo ist zu hart für uns. Obwohl wir da gar nicht mal so scheiße waren. Wir haben uns die Hälfte halt eh nur versteckt. Ja, ist gut. Weil du machst ja kaum ein Damage. Was denn? Und warum sehe ich den Damage nicht bei dir? Ja, weil wir im Team sind. Ach so. Okay. Verstehe. Warum ist die dunklen im Spiel jetzt? Keine Ahnung. Wo willst du hin? Verteilt viel. Äh. Oh ja, komm. Wir wollen noch nicht. Und da ist in diesen Feldern auch Loot drin, ne? Das sind so Kornfelder. Okay. Gut. Das ist gar nicht so weit weg vom Feld, äh, von der Zone. Sondern nur, ähm. Hast du wohl wieder homotiviert? Hast du wohl wieder homotiviert? Schon wieder nix. Meinst du hier im Loot, äh, im Feld ist Loot? Ja. Guck ich gleich mal. Meine, meine ja. Why not? Da, 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 daaa... uro Was ist das? Eine Stinkbombe. Hier wollten ein Stinkbombe für dich. Verdammtiges. Hier war nix ey! Was war nix ey? hüfff. Weidlough. Ich habe schon 300 Muni oder so. Ja, Munition habe ich auch ein bisschen eingesammelt, aber keine Waffe. Das ist ein Schlürfsaft. Das habe ich geschmissen. Ach du Scheiße. Ich habe mich fast selber getötet. Jetzt habe ich wenigstens eine Pistole, aber super. Ich bin so ein Volltrottel. Aber das ist doch nicht schlimm. Ich habe mich fast selber gekillt. Ja. Ich habe noch 8 Leben. Okay, warte, dann komme ich da hoch. Ach du hast die Kiste hier schon aufgemacht. Was trägst du denn? Okay, wo muss ich hier achten? Hier ist doch ein Haus. Dann kommt die auch mal. Mit einer Pistole will ich nicht losgehen. Okay, sollen wir Richtung Zone laufen? Warte, ich habe nichts an Waffen. Ach, ist doch egal. Ja, ist egal. Einfach nur dran glauben, dass du es schaffst. Fertig. Eine Pistole hast du doch, hast du gesagt. Ja, super. Jetzt noch eine Pistole, hast du zwei. Okay, hier scheint jemand zu schießen. Okay, in dem Haus war auch schon, glaube ich, jemand. Ich bin weit von der Zone. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, das lassen wir langsam machen. Bin ich im Feld. Oh, bist du immer noch in deinem Häuschen da? Du bist blau, ne? Mhm. Da, okay. Ich habe einen Warnschuss auf dich geschossen. Mhm. Das ist bei allen. Okay, dann muss das hier. Hast du da irgendetwas? Hm, ja, Maschinengewehr. Ja, hier ist was. Brauchst du ein Maschinengewehr? Ich kann dir, wenn du das kannst, kann ich dir eins geben. Ich habe ein Maschinengewehr. Ja. Du brauchst du ein bisschen Schilddrank. Ich habe 50. Ich habe gerade getrunken. Ich glaube, ich kann gar nicht höher als 50. Ja, mit den kleinen kannst du nicht hören. Dann für, also bis hundert brauchst du noch einen großen Schilddrank. Oh, shit, boys. Jetzt geht es los hier. Guck mal, da oben vielleicht gibt es was. Da unten liegt auch was. Da liegt nur zwei goldene Waffen, glaube ich. Okay. 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 Hier, nimm die mal. Willst du eine goldene Waffe? Warte mal. Ich trinke jetzt mal den Schilddrank. Ich gebe dir Deckung. Ah, gut. Von grün auf blau gewechselt. Ich kann dir eine goldene geben noch. Ja, welche hast du denn? Wie kann ich hier droppen? Die, du auch gerade hast. Wie kann ich hier droppen? Ich habe zwei davon. Zeige mal. Wie kann ich hier droppen denn? Ich weiß nicht. Auf I und dann die Waffe aus dem Inventar schmeißen mit der Maus. Ja, schnappst du dir. Das ist so was anderes, Infanterie dabei. Egal. Da haben es Pech gehabt. Er gibt es trotzdem. Achso. Ich will ja nicht rumstehen, wieso Mongole dann gefütet werden. Warte, dann ich nehme das hier kurz. Ach, 50 Sekunden, obwohl. Egal, komm. Ich bin ja safe in der Zone. Warte mal, ich will das trinken hier. Ich will das trinken. Trink doch. Nein, nicht die Waffe scheiße. Das dauert aber 13 Sekunden, ne? Ja, trink. Ich habe eine kurze Deckung. Sieben Sekunden. Fünf. Zwei. Okay. Dann go. Oh shit, hier geht es schon zur Sache. Das Roboter, aber das ist nicht von uns. Der Roboter ist am tanzen. Guck mal, können die auch tanzen? Haha, das ist für eine Scheiße. Das haben wir hier schon alles leer gemacht. Hm, wahrscheinlich. Hier wird eh alles leer sein. Okay, hier ist eine goldene Waffe. Ja. Ach, habe ich schon. Einfach drei Gewehr. Achso, was ich gegeben habe. Da oben ist auch eine Kiste. Können wir. Das sind zwei von unseren Boys da hinten. Das sind drei von unseren Boys. Lass mal da hin. Warte mal, hier ist noch Muni. Komm, mach dir das nicht wegen 20 Muni. Da hinten sind unsere Boys. Da, ne, da war einer von uns. Ja, zu den Boys will ich, weil da sind drei, vier Leute von uns. Damit wir in einer Gruppe sind, zumindest. Ich habe einen gesehen. Ja, wo? Da hinten ist auch einer. Wo ist der? Da hinten, mal in Treppen. Da in Treppen? Ja, ja, das springt da so rum die ganze Zeit. Ich habe ein Maschinengewehr mit Zielfernrohr. Okay, da hinten ist einer. Fuck, den trefft den nicht. Ich pumse den jetzt. Ja, komm, den da runter. Ja, da wollte ich es wohl. Pass auf, hier ist es einer. Ich wollte, ich wollte mich opfern. Ja, der Boy. Okay, wo bist du denn? Ah, du bist ganz woanders. Du bist auch so. Na ja. Ah, ich werde wieder abgeschossen. Ich sehe es, du bist mitten durch das feindliche Gebiet gekommen. Bist du bei mir? Na ja, ich bin hier bei einem Typ. Da oben bist du. Der Faker hat mich echt gut erwischt. Ja, ich hatte hier gerade einen. Ich dachte, ich erwische den, aber ja. Dann wurdest du erwischt. Ja, dann wurde ich erwischt. Schaff ich es noch hier hin? Ja, sehr gut. Bist du. Ich brauche da einen Sniper. Ich habe den. Oder du. Bist du bei mir in der Gegend? Ja, ich bin über dir. Ich bin oben halt hier auf dem Berg. Ah, da ist noch ein Treffer. Hat dieser Bob der Baumeister immer einen. Die ist ein Maschinengewehr mit Hilfe. Das ist wirklich geil. Ja. Der Boy, Killer. Hast du eine Waffe gefunden? Du bist du genau über mir? Ja, ich glaube schon. Warte, ich trinke meinen Trank. Das ist halt hinten bei mir. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da ist einer. Ich habe einen, der braucht mich nicht. Der nice. Wow. Ah, wieder einer down. Das ist Pumpgun-Guy. Das ist heftig. Ich habe nie eine Chance gegen so einen Pumpgun. Ja, er hat mich auch down. Der hat mich gesehen. Aber immerhin vier Kills gemacht mit dieser Waffe. Die ist echt geil. Echt? Okay, krass. Ich habe gefühlt, glaube ich, auch eingetrischt. Aber ich glaube, hat uns nicht gezählt. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ah, was für ein geiler Treffer. Ah, was für ein geiler Treffer. Boah, die waren zwei Schutgeräte. Fuck, die habe ich gar nicht gesehen. Die Action los. Bist du auf der anderen Seite, oder was? Ja, ich wurde, ich wurde gerade beschossen, richtig hardcore. Dachte ich mir so, nee, nee. Nichts für den Boy, ne? Ja. Komm mir mal entgegen. Heftig, ich bin so schlecht, ey. Kommt du mir entgegen? Ich habe gerade einige getötet. Ich glaube, der hat mich aber ihn töten lassen. Ja. Ja. Ja, der stand einfach nur da. Wow. Pass auf, hier ist einer. Pass auf, komm her. Schnell. Wo ist der? Hinten. Ich glaube ja, ein Tod. Richtig, Mann. Ein Schuss. Ich habe den getroffen. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Komm zu mir. Warte, warte, warte. Nee, ich... Ich will hier ein paar Kills abstauben. So ein Geier. Was bauen die da, ey? Boah, krass, Mann. Was ist die da für eine Kacke bauen die ganze Zeit? Richtig verrückt. Mhm. Ich würde gerne Sniper haben. Wo bist du schon wieder? Ich bin gleich verkackt. Oh, oh, fünf Kills. Ja, da hat mich einer gesnipert. Ich glaube, so 15 Kills gehen auf unser Konto. Also, Deaths. Ja. Die sollten so oft sterben. Schon wieder down. Oh, shit. Okay, komm. Match verlassen. Match verlassen, jo. Neue Runde, neues Glück. Auf jeden. Wir sollten mal versuchen, ein bisschen vorsichtiger zu spielen. Mhm. Okay, bereit? Mhm. Wir gehen auch keiner eigentlich noch aus dem Weg, so ungefähr. Ja, das stimmt. Ne? Und andere bei einem Schuss bauen sich sofort zu. Ja, ja. Und gucken erst mal. Und wir müssen mal gucken, Call of Video oder so spielen. Aber Battlefield, da kann man nicht dieses knackte bauen. Also, ich finde es nicht cool. Vielleicht gibt es Leute, die finden das cool, aber ich finde es irgendwie gar nicht cool. Sonst, finde ich Fortnite eigentlich ganz okay. Ja, da kann man so zwischen mir mal ein bisschen zocken, ne? Mhm. Das ist gut. Okay. Okay. wo waren wir noch nicht hier pläser plant wo ist das direkt vor uns also dann lass mal hin sind wir dann nicht mal mit hoher bord her gefahren was ich das weiß nicht ach Mist ey. Ach hier unten kann man gar nicht. Verdammt das Lava. Hey wo bist du denn gelandet? Und ist der Brau so geil. Hm. Da schicken wir mal kurz darüber wieder. Verdammt ich bin unten gelandet. Der Pro-Gamer wieder auf neuem Niveau. Boah ey. Wolltest du ja keine Schande machen dem Kanal. Wir sind als Fortnite-Kings bekannt. Oh Shit-Night-Kings. Fortnite-Shits. Also ich hab hier gut Loot du. Ja geht. Wir wollen uns wieder irgendeine Sonderabkürzung nehmen. Verdammt ich bin hier so ein Lava gefangen jetzt. Und da war ich noch nicht. Ah der ist eine Schöße. Wo bist du denn überhaupt? Ach der und? Ach der Scheiße. Hast du auch was gefunden? Mhm. Ein Schrott bestimmt ne? Ja so ungefähr. Ein bisschen hab ich was aber ist nicht der Rede wert. So gut. Bitte. Ich bin nicht so der Pumpkan Guy. Wie geht das denn? Ich bin nicht so der Pumpkan Guy. Wie geht das denn? Obwohl man bestimmt mit der gut was machen könnte, aber... Fuck, der hat ja schon gelootet. Boah, komm, die Zone ist weit weg. Oh shit, wir sind jetzt tot. Wir werden eh sterben. Komm, so hoch wie möglich. Ich könnte es noch schaffen. Ich habe einen guten Sprung mir jetzt geholt. Guck mal auf meiner Karte, wie schnell ich gerade vorankomme. Und du bist tot, oder was? Ne, ich muss noch laufen. Ich muss hier irgendwo einen Absprung finden. Ich bin gleich da. Boah, krass, ist hier weit weg die Zone. Heftig. Wo mache ich den hier? Hier auch die Quatschen, die sind verschwunden. Stimmt. Da war ja was. Ich fand's ja nicht ganz cool. War noch mal. Aber es hat kurz und stimmt, weil die waren noch letztens noch da wohl. Ja. Stimmt, ey. Die holt mich gleich ein, die Zone. Pro Gaming auf neuen Level bei dir. Auf der Ansicht. Ja, boah, heiski. Da hab ich auch Absprung gemacht. Ja. Ich hab mir vorher was gebaut. Und so. Kraftwerk. Das ist so. Kraftwerk. Ja. Kraftwerk. Und du bist welcher? Welche Farbe bist du? Okay, hier ist noch eine Schockwellengranate. Die kann ich benutzen. Bist du? Ja. 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 Ich lafe hier durch den Sturm wie so ein Bescheideter. Du sagst es wie so ein Bescheideter. Da passen wir einmal nicht auf, wo die Zone ist, weil wir cool spielen wollen. Oh, die Zone ist ja auch bei mir schon shit, ey. War ja lange halten. Ja, das meinte ich immer. Das ist voll die Zeitverschwendung, wenn man irgendwo anders landet, ne? Die Hälfte der Zeit ist nur umlaufen. Ich hab's geschafft. Bei mir war's easy peasy alles. Ja, ich werd jetzt respawnen. Ich bin down. Miech. Okay, wo bist du? Ich hab' die für unser Team. Dass die immer viel gebildet waren, bin direkt neben dir. Oh shit boy, hast du was gehört? Was für uns? Guck mal da vorne. laufen wie die geier direkt dahin heftig jetzt wegen der kurzen zeit könnte ich auch kommen alle wie die geier ich glaube schon wie die hier unsere truppe hier kommt hier auf komm boy chill nicht da hinten alleine da stirbst du ja ich wollte ein bisschen was er trinken schande für unser team da hinten ist einer, pass auf wo ist der da war wohl einer irgendwo kümmer dich um den da ist noch der kümmer, der ist voll die action hier ist noch einer weiß wir haben den ich werde beschossen ich werde beschossen ich bin noch nicht einmal gestorben jetzt kommt der profi zu euch bleibt lieber weg ich habe schon ein bisschen assisted hier da ist einer, pass auf versteckt sich da wie so ein mongo der geht doch voll die action im wald he wow ey, schießt eine granate auf mich ok jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wo bist du eigentlich wo bist du eigentlich ich komme runter jetzt lass uns bei horizon treffen das scheint ein cooler spieler zu sein das ist ein bisschen das ist ein cooler spieler zu sein 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 Zeit. Nice. Ich hab voll viel Muni noch. Okay, ich kann mir helfen. Ich komme hier mal einfach weiter. Besser auf die Päuser oben. Was ich hier mit dem Gebilde immer bauen? Heftig, ne? Bist du in der Bombenzone gelandet? Du schaffst doch nur Duel. Okay, wir sind Zweiter. Hauptsache, diese Runde keinen Kill. Die erste Runde war besser. Ich hatte zwei Kills gerade. Match verlassen. Ja.